Huhu Leute, ich bin Flasche und willkommen zu einem weiteren Guild Wars 2 Video heute zu den Strategien, die wir bei unserem Sabeta Patch Rekord Kill angewendet haben. Wir starten also auch direkt ins Video und wie ihr seht, rennen wir hier am Anfang direkt auf Sabeta zu. Das liegt daran, dass wir einmal den Kampf gestartet haben, haben dann mit GG den Kampf resettet und rennen dann vom Spawn sofort los, weil so kommt man bereits, wie ihr seht, auf die Plattform von Sabeta, wenn Sabeta noch gar nicht da ist. Das heißt, man spart sich die komplette Zeit, die man am Anfang in den Kampf rennt, den man von der Brücke erstmal auf die Plattform von Sabeta machen muss. Das heißt, normalerweise startet ja der Kampf, sobald man in die Nähe der Plattform kommt und so verliert man schon direkt einige Sekunden und durch diesen Trick mit dem Resetten können wir halt direkt an der Position von Sabeta starten, ohne dass Zeit verloren geht. Sonst eigentlich, die Comp ist relativ normal, wie man sie kennt, nicht ganz unbedingt. Ihr seht, wir haben da einmal in Squad 1 haben wir vier DPS-Klassen und einen Droiden. Das liegt daran, das sind alles DPS-Klassen, die sehr, sehr stark auf dem Boss sind. Das heißt, im Prinzip so die Top-DPS-Klassen, das sind die hauptsächlich Power Daredevils und Schwertweaver. Die haben, glaube ich, auch eine Mischung aus Bull to the Heart oder Fresh Air Weaver. Ich glaube, da konnten die einzelnen Leute selber entscheiden, was sie einfach besser finden. Und das sind alles Klassen, die Spotter brauchen. Darum sind in Gruppe 1 hauptsächlich die DPS-Klassen, die erstens den höchsten DPS machen und aber auch Spotter benötigen vom Droiden. Und in der zweiten Gruppe, zusammen mit dem Krieger, sind dann die Klassen, die keinen Späher benötigen. Das heißt, die sind zwar vom DPS nicht ganz so hoch wie beispielsweise die Weaver. Jetzt hier ein Power-Krono und auch ein Power-Holo, den ja ich spiele. Allerdings brauchen die keinen Spotter. Das heißt, wir brauchten nicht noch einen zweiten Droiden oder sowas, um das hier auszugleichen. Und auch wir mussten unser Gear nicht anpassen, auch wenn unser DPS dann nicht ganz so hoch ist. Vor allem, weil wir ja auch die Glyphe der Verstärkung nicht benutzen. Und in Gruppe 3 und 4 sind dann die beiden Support-Kronos. Die können ruhig in eigenen Gruppen sein, weil die ja sowieso auf 10 Leute, ihre Sigile zum Segen verlängern, eh auf 10 Leute gehen. Außerdem sind diese beiden Kronos auch die, die bei uns die Kanonen springen. Das heißt, anders als bei anderen Gruppen macht es bei uns nicht der Krieger oder ein Soulbeast oder irgendwie eine DPS-Klasse, sondern wirklich die beiden Support-Kronos sind die, die die Kanonen springen. Wir lassen hier auch komplett beide, komplett die südliche Kanone machen wir gar nicht. Also die lassen wir komplett da. Alle anderen Kanonen machen wir aber. Wir wollen natürlich so wenig Kanonen machen, wie es geht, damit möglichst nur selten Leute weg sind. Und ja, durch die Kondi-Support-Kronos verliert man halt am wenigsten. Alles andere ist relativ normal. Maximalen DPS fahren halt hier mit Power-Klassen. Eine lange Zeit wurde ja mit Kondis gespielt, gerade mit Scourges, weil die halt Bonus-Schaden hier auf Kade machen. Auch wenn der mit einer Power-Kom natürlich ein kleines bisschen länger geht. Alles andere geht dafür dann aber schneller. Von daher lohnt sich das schon, hier eine Power-Kom zu spielen. Und unser Kiter ist natürlich der Droide. Das heißt, der Droide rennt zwischendurch immer raus, wartet einen Flak-Schuss von Sabeta ab, kommt dann aber wieder rein, bufft komplett durch und heilt. Da seht ihr, rennt er gerade rein und rennt danach wieder raus, wartet wieder so einen Flak-Schuss ab und so weiter. Und sonst wird eigentlich relativ normal der Kampf einfach durchgeballert. Also das einzige Besondere ist halt hier, dass wir die Kronos springen lassen, dass wir nur einen Droiden haben, der gleichzeitig buffen soll und kitet. Und dass wir halt die DPS-Klassen so aufgeteilt haben, dass wir eine Gruppe haben mit Spotter, die maximalen DPS fahren und eine Gruppe ohne Spotter. Und dann war es das für diesen Kampf eigentlich auch schon so gut wie. Und wir haben es geschafft. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns die Tage wieder. Ciao, Leute.